Hallo meine Lieben, ich stehe heute mal wieder hinter der Kamera, denn es kommt das Wiegen-Update. Wir haben uns schon länger eine Wiege gekauft, ich glaube die haben wir jetzt schon drei Wochen. Und ich wollte länger schon ein Video einfach zeigen für euch. Und ich musste gerade mit so Kisten steigen. So sieht sie aus, die ist von Roba. Eigentlich wollte ich ja die 4 in 1 von Roba, dieses Beistellbett, weil ich das total schön finde, aber das hat mein Portemonnaie einfach nicht hergegeben. Und deswegen musste die hier erstmal her. Ja, die ist in so einem schönen braun, hat hier ein Roba-Nestchen drin, also von Roba so ein Nestchen in so braun-weiß gehalten, also total neutral, finde ich auch total schön, aber ich habe es ein bisschen ausgeschmückt, weil ich sie so einfach ein bisschen langweilig fand. Und ich hatte noch ein Set von meinem alten Babybett hier liegen, das ist nämlich dieses hier von Ikea. Ja, das ist das Jung-Set von Ikea und so sieht der Himmel dazu aus. Und das gibt es halt auch noch in rosa und lila, also das ist das hier rosa und alles, was hier grün ist, ist halt lila. Ja, und ich fand diese Männchen total schön, die da drauf sind. Und deswegen musste ich es einfach haben. Und ich hatte halt damals ein Bettchen und ja, deswegen habe ich mir dann ein schönes Komplettset gekauft, mit Bettdecke, mit Nestchen, mit dem Himmel halt und hierunter haben wir noch den Kopfkissenbezug. Ja, und das wollte ich euch heute einfach mal ein bisschen näher bringen und zwar zeigen und ja, vorstellen. Ja, zuerst fangen wir an mit dieser schönen Bettdecke. Die sieht halt genauso aus wie der Himmel und es hat eine normale Babydecke drin. Und ich finde die total weich und kuschelig, also der Stoff ist generell total weich. Ja, ich würde sagen, ich nehme die mal hier raus, dann kann man das besser sehen. So, ja, so sieht das Ganze aus. Hier drin haben wir eine schöne weiche Matratze mit einem Molchorntuch bestückt, so als kleines Laken. Ähm, also hier sind eigentlich so Tierchen drauf, das kann man auf der anderen Seite sehen. Wartet mal, ich hole ich das einmal raus. Hier, so sieht das auf der anderen Seite aus. Das kennen wir schon noch ganz, ganz viele, das sind so die typischen Molchorntücher. Hier sind noch Socken. Ja, und ähm, da habe ich halt hier einfach ein Molchorntuch reingelegt, damit es sehr bequem ist. Der hat Lenox hier seinen Plüschhasen, den hat er immer in seinem Bettchen. Dann haben wir hier ein Spucktuch, ähm, ein ganz normales auf dem, ähm, Kopfkissenbezug. Der Baby ist ja noch kein Kopfkissen haben dürfen, aber ich habe es einfach so reingelegt und ein Spucktuch drüber, falls man nachts oder so oder was daneben geht oder wenn er sein Mittagskleffi macht. Ja, hier seht ihr nochmal das normale Näschen und hier habe ich halt ein neues, also mein Näschen reingehängt. Das sieht so aus und hier, jetzt hat er hier eine sehr gepolsterte und weiche, äh, kleine Liegefläche hier und das finde ich total toll. Also er schlägt die immer super ein. Ja, dann, ähm, habe ich hier unser Mobilee angebracht. Das sieht so aus. Dazu mache ich euch gerne nochmal ein extra Video, da es echt viele Funktionen hat. Ähm, ja, einfach immer in die Kommentare schreiben, ob ihr das sehen wollt. Würde mich auf jeden Fall freuen, denn ich liebe dieses Mobilee. Das ist das Fisher-Price, äh, Traumber-Mobilee. Und ja, wie gesagt, hat super viele Funktionen, das würde ich euch gerne mal zeigen. Hier haben wir noch ein, ähm, ja, Kuscheltuch von einer sehr, sehr lieben Freundin. Ähm, das hat er noch von meiner sehr lieben Freundin geschenkt bekommen. Und das sitzt hier auch immer. Da haben wir noch seine Schnullerkette dran von seinem, ähm, Nachtschnuller. Ähm, ja. Und das war es eigentlich hier zu dem Bereich. Ähm, hier haben wir noch, also hier haben wir noch, ähm, einen Würfel hängen. Den haben wir auch im Maxi-Kurse, also den hier haben wir zweimal. Und, ja, da ich früher einen Zulis-Kinderwagen hatte und deswegen haben wir den doppelt gehabt. Eine hängt jetzt hier und, äh, das ist genau die Griffhöhe von Lennox. Und der greift dann hier mal und zieht so ein bisschen runter. Und, äh, der rasselt und hat dann hier noch einen Spiegel. Und, äh, ja. Das ist dran an so einer, ähm, ja, Kinderwagenkette von, äh, Rossmann. Eine blaue Kinderwagenkette, die ich schon lange, lange nicht mehr benutze. Und, äh, ja, deswegen hängt sie hier dran ein bisschen als Verlängerung. Eigentlich finde ich sie total süß mit diesem Tierchen drauf. Aber, ja, jetzt hängt sie hier einfach als, einfach als Verlängerung dran. Hier haben wir, ähm, unser, äh, keine Ahnung, was das ist, wie man das nennt. Also, da kommt auf jeden Fall dieses andere Movie-Lay ran. Da hatten wir nämlich eins von den, ähm, mit so Teddys drauf. Und, ähm, ja, es war halt auch so in diesem Muster. Diese Teddys hatten halt Kleidung an und die waren in diesem Muster. Und, ja, das hängt hier oben noch dran. Aber das hat sich mit dem, äh, Himmel einfach nicht verstanden. Und deswegen musste es ab. Aber das Ding hängt noch. Hier oben haben wir von Himmel eine, also vom Himmel hier so eine, diese Schleife. Erkennt man nicht als Schleife, aber es soll eine Schleife darstellen. Ja, und, äh, dann sind wir eigentlich auch schon beim letzten Teil. Nämlich unsere schönen Spieluhr. Ich finde Lellums auch sehr, sehr interessant. Ähm, die kommt von meinem Bruder, als er noch ein kleines Baby war. Und, äh, die liegt hier oben immer. Und die mache ich ihm dann schön an und dann kann er gut einschlafen. Ähm, diese Himmelseite habe ich, äh, jetzt erstmal so. Damit ich ihn halt einfach, ähm, sehen kann, wenn ich jetzt irgendwie hier am Bettrand sitze oder so. Und, äh, hier habe ich halt immer zu, weil genau hier die Sonne reinscheinen würde. Und dass er dann einfach sehr gut schlafen kann. Weil dann hat er hier so einen kleinen Schattenbereich. Ja, und das war's auch eigentlich schon. Das ist eigentlich schon unsere Wiege hier. Ähm, da schlägt der Lennox immer super süß drinne. Und ich hoffe, euch hat das Video mal wieder gefallen. Es ist, ähm, ein bisschen länger geworden. Es tut mir leid. Aber ich wollte euch einfach alles genau zeigen. Und, ja, wie gesagt, wenn ihr ein Video zu dem, ähm, Fischer Prize, äh, mobilisieren wollt, einfach in die Kommentare schreiben, wenn ihr generell Videobüsse habt, alles immer in die Kommentare. Ähm, ich hoffe, ich kann alles erfüllen. Und, ähm, ja. Ich würde sagen, ein Like könnt ihr gerne da lassen. Ein Abo natürlich auch. Ich freue mich immer mehr auf neue Abonnenten. Und, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.